Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir ein Setup und einen Workflow vorstellen, wie du für hochwertige Tonqualität in deinen Videos sorgen kannst. Und du hörst die Tonqualität jetzt gerade schon, denn ich nutze jetzt für dieses Video auch genau dieses Setup. Es ist ein Standalone-Setup, das heißt, du kannst es mit jeglicher Kamera kombinieren und genau das ist aus meiner Perspektive spannend. Denn viele, gerade günstigere Kameras, haben nicht so gute Mikrofoneingänge, denn Ton direkt dort drin aufzunehmen, sorgt einfach für extreme Verluste der Klangqualität, unabhängig davon, welches Mikrofon man hier anschließt. Und dementsprechend zeichne ich den Ton hier separat auf. Wie mache ich das? Mit dem Rode NT-USB+. Dieses Gerät wurde uns hier von Rode zur Verfügung gestellt. Wir haben einiges damit ausprobiert und das ist tatsächlich ein Use Case, ein Workflow, den wir extrem empfehlen können. Du nimmst dieses USB-Mikrofon, ich habe es jetzt hier auf einen etwas größeren Standfuß gestellt, verlinke ich gerne. Der Standfuß, der hier mitgeliefert wird, ist aus meiner Perspektive ein bisschen zu klein geraten. Jetzt schließe ich das an hier mit dem SC19 von Rode, das ist leider auch nicht mitgeliefert, ein Adapterkabel, das hier von USB-C auf iPhone quasi das Signal, also auf Lightning umwandelt und damit können wir es jetzt direkt aufzeichnen. Das heißt, mein Tonsignal wird jetzt hier am Smartphone aufgezeichnet und eben nicht in der Kamera. Welche App nutze ich hier? Da nutze ich auch die von Rode, das ist die Reporter-App, die ich hier installiert habe und da kann ich einfach auf Rekord klicken, das entsprechend einpegeln, dass es im grünen Bereich ist und damit habe ich eine sehr einfache Art und Weise, hier hochwertige Tonaufzeichnungen zu machen. Und jetzt muss ich natürlich noch überlegen, wie kriege ich das Ganze zusammen? Ich habe ja zum einen meine Videospur, die ich eben beispielsweise auf SD-Karte aufzeichne in meiner Kamera. Da habe ich auch noch einen kleinen Referenzton mit dem eingebauten Mikrofon der Kamera und dann habe ich zusätzlich die Audiospur hier vom iPhone, wo ich aufgezeichnet habe mit dem Rode NT-USB+. Und das schauen wir uns jetzt mal in DaVinci Resolve an, wie ich das Ganze jetzt wieder zusammen bekomme. Der erste Schritt für die Nachbearbeitung war jetzt die Audiodatei von dem Smartphone auf den Computer zu bekommen. Für mich super einfach, da ich hier mit dem iPhone arbeite und mit dem Mac. Das heißt, ich konnte das einfach per Airdrop aus der Rode Reporter App heraus machen. Wenn du das nicht so machen kannst, musst du beispielsweise schauen, ob du die Audiodatei irgendwo auf einen Server hochladen kannst. in eine Cloud reinladen kannst, um dann die Datei wieder runterzuladen bei dir am Computer, um sie weiter zu bearbeiten. Bei mir, wie gesagt, vom Workflow super einfach. Airdrop vom Smartphone eben entsprechend auf den Computer. Am Computer habe ich jetzt einen Ordner gemacht, wo ich diese Audiodatei abgelegt habe. Quasi einen Ordner für alle Medien, die ich für dieses Video brauche. Und genau in diesem Ordner habe ich auch die Videodatei von der Kamera, vom Speichermedium der Kamera bei dir vermutlich dann eine SD-Karte rüberkopiert in diesen Ordner, sodass wir da jetzt eine Audiodatei vom Smartphone die Aufzeichnung haben und eine Videodatei die Aufzeichnung von der Kamera. Und dann bin ich jetzt hier in DaVinci Resolve reingegangen und habe ein neues Projekt geöffnet und bin jetzt hier oben links schon mal zu dem besagten Ordner navigiert, wo ich eben meine Audio- und meine Videodatei drin liegen habe. Die kann ich jetzt einmal beide auswählen. Dafür kann ich hier so das Beides selektieren, dann hier nach unten ziehen. Und jetzt habe ich die in dem Medienbereich von diesem Projekt mit drin liegen. Dann gehe ich jetzt hin und wähle mir einfach beide wieder aus, gehe jetzt mit einem Sekundärklick hin oder beziehungsweise einem Rechtsklick und gehe eben hier auf Auto-Sync-Audio. Und jetzt bekomme ich hier ein kleines Kontextmenü und hier kann ich jetzt sagen Based on Waveform. Und wenn ich das jetzt auswähle, dann brauche ich ein bisschen zum Analysieren. Das war jetzt in dem Fall relativ schnell, weil der Clip auch relativ kurz war. Und jetzt gehe ich mal in die Edit-Page rein und kann jetzt eben in dieser Edit-Page mir nur den Videoclip hier in die Timeline reinziehen. Dadurch, dass ich jetzt nämlich Synchronisieren schon geklickt habe, ist es so, dass ich eben diese Audio-Datei schon mit kombiniert habe in der Video-Datei. Das können wir uns auch gerade noch einmal angucken. Ich mache hier einen Sekundärklick nochmal drauf und sage Clip Attributes. Und jetzt kann ich hier eben hingehen ins Audio und sehe, dass ich hier einen Linked Channel 1 habe. Hier habe ich auch noch die beiden Embedded Channel. Das sind die, die mit der Kamera direkt aufgezeichnet worden sind. Aber ich wollte ja diesen Linked Channel haben, also das Audio von meinem Smartphone. Das sollte an sich alles kein Problem sein, aber man kann es hier dann eben nochmal überprüfen, ob das auch alles geklappt hat, das hier als Mono-Track eben entsprechend mit anzulegen in dem Videoclip. Und da ich jetzt eben auf diesem Videoclip war, dass da synchronisiert ist das Audio, brauche ich eben diese Audio-Datei gar nicht mehr, sondern kann jetzt einfach die Video-Datei mir hier unten in die Timeline reinziehen und habe jetzt hier direkt den Ton von dem Rode-Mikrofon eben auch unten drunter. Und hier sieht man jetzt, dass das Audio synchronisiert ist. Und am besten sieht man es eben, da gehe ich hier einfach nochmal in einen Zoom rein, dass ich hier geklatscht habe. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, bei deiner Audio- und Videoaufzeichnung, einfach während Audio und Video in der Aufzeichnung läuft, laut in die Hände zu klatschen. Und dann hast du damit eben die Möglichkeit, den Sync auch zu überprüfen. Denn wir sehen jetzt hier die entsprechenden Ausschläge im Audio und wir sehen den entsprechenden Punkt, wo meine Hände hier aufeinanderschlagen, im Video. Und damit kann man jetzt hier überprüfen, dass die Schläge eben aufeinander passen und dass der Sync gut funktioniert hat. Und gleichzeitig macht es das der Software natürlich auch leichter, den Audio-Sync durchzuführen, weil da eben entsprechende Indikatoren sind. Der Sync wird hergestellt zwischen dem internen Mikrofon von der Kamera sozusagen und damit dem Ton, der in der Videoaufnahme mit drin ist, und eben der Audioaufzeichnung. Und damit hast du einen Workflow, wie du sehr schnell und einfach mit einem externen Ton aufzeichnen kannst, wie hier beispielsweise mit dem Rode NT-USB Plus und eben das in der Post-Production dann so simpel synchronisierst und dann letztendlich behandeln kannst, wie als hättest du eben mit so einem guten Ton aufgezeichnet, direkt in der Kamera. Und das ist eben der Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Viele gerade preiswerte Kameras bieten nicht so gute Mikrofoneingangsmöglichkeiten und so kann ich eben separat aufzeichnen, in der Post-Production alles wieder zusammenbringen und jetzt letztendlich diesen Videoclip behandeln, wie als wäre die Tonqualität von vornherein so hochwertig gewesen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Setup und Workflow hier helfen, deine Audioqualität zu optimieren. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!